Liebe Mitbürger, sehr geehrte Behörden, mit Besorgnis haben wir festgestellt, dass Kinox.to, ein Nachfolger von Kino.to, erneut unter den Zensurhammer geraten soll. Zensur jeglicher Art im Internet können und wollen wir nicht dulden. Anonymous steht seit jeher für freie Meinungsäußerung, Freiheit und Demokratie. An dieser Tatsache hat sich auch in Zeiten von operischem Blitzkrieg oder DDoS-Angriffen nichts geändert. Hiermit fordern wir die Behörden auf, ihre Ermittlungen gegen Kinox.to zu stoppen. Andernfalls sehen wir uns gezwungen den ermittelnden Behörden einen Regel vorzuschieben. Jegliche Zensur, wenn sie auch noch so klein erscheint, ist der erste Schritt in einen Überwachungsstaat. Dies betrifft in unseren Augen auch die Zensur von Medien jeglicher Art, mit Ausnahme von Medien mit äußerst fragwürdigen Inhalt natürlich. Freier Fluss von Medien muss nicht unbedingt geringere Einnahmen bedeuten. YouTube wird beispielsweise von vielen Künstlern als Werbeplattform benutzt, obwohl es umsonst ist. So werden auch viele Filme auf Kinox.to nach Ansehen auf DVD käuflich erworben. Stoppt eure Ermittlungen oder wir fühlen uns gezwungen einzugreifen. Wir sind in Anonymous. Wir sind viel. Wir vergeben nicht. Wir vergessen nicht. Erwartet uns. Erwartet uns.